Moin Leute, willkommen bei Comic-In und willkommen wieder zu einer etwas spezielleren Folge bei Comic-In. Heute habe ich was ganz besonderes im Gepäck, was sogar selbst gemacht ist. Das habe ich mal für meinen Dad angefertigt, weil er ein großer Quartett-Fan ist. Und für ihn habe ich ein Arkham-Insassen-Quartett wirklich angefertigt über, ich glaube das war mit Word, also ganz stupide. Das hier ist das Deckblatt, was ich wirklich cool finde. Die Bilder sind natürlich von Google gezockt. Und vielleicht gefällt es euch ja. Hier, also so habe ich das aufgebaut ungefähr. Ja, ich zeige euch mal die Joker-Karte. Ich habe so geguckt, was sind die coolsten Bilder im Netz. Und der Drucker hat das eigentlich auch voll drauf, die sieht wirklich gut aus. Habe ich verschiedene Kategorien erstellt. Arkham Factor, Comic-Debüt, was haben wir noch? Körpergröße, Intelligenz und Kampfkünste. Die Werte habe ich mir natürlich selber ausgedacht, außer das Comic-Debüt. Und die Größe, die habe ich natürlich auch nachgeschaut. Bei den meisten war es relativ leicht zu finden, bei manchen aber auch nicht. Ich kann euch ja mal ein bisschen hier durch das Quartett führen. Wen haben wir hier? Harley Quinn. Clayface. Die Bilder variieren leider ein bisschen in der Größe. Ich habe das immer so ein bisschen daran angelehnt, wie die Bilder noch gut aussehen und nicht so verzerrt. Ich habe natürlich versucht, die so groß wie möglich zu machen. Hier ist Scarecrow. Finde ich auch ein wunderschönes Bild, was ich da so gefunden habe. Mr. Freeze. Poison Ivy. Das ganze Ding habe ich, glaube ich, 2015 gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Steht auch irgendwo auf dem Deck. Also ich habe mir hier auch Mühe gegeben. Ich habe auch so ein DC-Ding runtergeklatscht und so. Das sieht alles ganz cool aus. Riddler. Ra's al Ghul. Bane. Dann, klar, nochmal noch Two-Face. Wunderschönes Bild. Dieses Bild war mal ein zweigesplittetes Cover. Also quasi für zwei Cover wurde das benutzt. Einmal die Seite, einmal die Seite. Innerhalb der Panini-Serie von 2007, aber auch nur die US-Comics davon. Pinguin. Das hier ist ein Jokers Asylum-Cover gewesen, soweit ich weiß. Dann haben wir Hush. Hush gab es nicht so viele tolle Bilder, die man hätte nehmen können. Black Masks. Wundercool. Ich habe auch geguckt. Na klar, es ist immer ein bisschen schwer aufzufüllen. Man hat immer die großen Charaktere. Aber bei Batman kenne ich mich halt ganz gut aus. Dann habe ich geguckt, wen von den kleinen, wirklich interessanten kann man auch mal reinnehmen. Gutmacher. Der Bauchredner. Ja. Dafür habe ich, glaube ich, Scarface weggelassen. Oder habe ich einen Donner drin? Ne, ich glaube, ich habe einen Donner drin. Kommt vielleicht noch. Amadeus Arkham, der hier vielleicht ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Allerdings wollte ich den halt drin haben, wegen des Asylums an sich. JoeChill. Manbad. Also das sind schon ein paar coole Beifände. Ich finde auch, dafür, dass es wirklich nur selbst gemacht mit Word ist, ist es ganz cool geworden. Deadshot. Ja, klar, zu großem Ruhm gekommen jetzt. Cooles Bild. Catwoman, ganz wichtig. Carmine Falcone, war mir damals auch schon wichtig. Firefly. Professor Pick, den ich quasi durch das Batman Arkham Knight Spiel wirklich kennengelernt habe. Das war auch ungefähr so die Zeit, wo ich das hier gemacht habe. Genauso wie Diakon Blackfire. Ja. Ähm, wen haben wir denn? Der Red Catcher. Yep. Wen haben wir denn hier? Ach, Calendar Man. Jo, das ist immer ein bisschen schwer für mich. Ich sehe das gerade alles auf, äh... Ich sehe das gerade alles von hinten nach vorne hier, was die Schrift betrifft. Professor Hugo Strange. Auch super cooles Bild. War auch mal ein Cover innerhalb der Panini-Serie von 2001. 1, auch US. Ähm, Arne Key habe ich da reingepackt. Scarface, da ist er. Wundercool. Killermotte. Klar, muss sein. Victusess. Und dann haben wir das Abschlussbild mit dem Joker. Ja, da steht es. 2015. Habe ich dann mit einer Schneidemaschine zurechtgeschnitten. Und ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Ja, das sieht echt cool aus, ne? Das sieht echt cool aus. Ähm, auch das Frontcover. Finde ich auch echt nice. Ich weiß nicht, wie gefällt euch das? Ich war auch noch an einem Superman dran. Das habe ich soweit auch noch fertig auf dem Laptop irgendwo rumgammeln. Ähm, das könnte ich auch mal ausdrucken eigentlich. Wenn ihr Bock habt, ich glaube, ich habe die Datei sogar noch. Wer das geschickt haben will, also wer sich dieses Quartett auch ausdrucken will, denn das ist wirklich ganz schön. Besonders, wenn man sich vielleicht mit dem Druck auf Papier noch ein bisschen Mühe geben würde. Karten sind ein bisschen groß leider. Äh, dann könnte man da ein wirklich schönes Quartettspiel draus machen, das man auch wirklich spielen kann. Wer Bock drauf hat, ähm, knallt es mir in die Kommentare, dann gucke ich mal, ob ich die Datei noch habe und dann kann ich euch die gerne zuschicken. Also es ist wirklich eine ganz schöne Sache geworden, dafür, dass es so simpel mit, äh, Word probiert wurde. Das war's, äh, ich hoffe, euch gefällt dieses Ding. Mir gefällt's wahnsinnig. Okay, ich hab's auch selber gemacht, aber das ist wirklich ganz cool, finde ich. Wer Bock drauf hat, mich anschreiben. In dem Sinne, wir sehen uns. Bis denn. Möncheng